Und abfahren! So, herzlich willkommen in den Glühwagen auf der Bahn zum Max-Rieber-Platz. Die nächste halbe Stelle gegen Gausstraße. Ich habe auch noch keinen Kuss gesehen, der Stängung, der Gäder-Bahnhof. Einer stand vorher an der Künge. Das ist 3. Oder 51? Ja, das war 51. Wenn Sie fahren, dass man eine Ausflugroute so hat, und dann passt das. Da gibt es eine über den Ostbahnhof. Einer hat kommen da. Ja, gut. Du siehst ja, die vom Ostbahnhof, die zwei. Die vom Ostbahnhof, dass er nicht mehr fless ist. Ja. 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 Die nächste Halterstelle Giesing Bahnhof zur S-Bahn und zum Bus umsteigen, aber das macht heute glaube ich nie keiner. Die nächste Halterstelle Giesing Bahnhof zur S-Bahn und zum Bus umsteigen, aber das ist eine neue Bremse, die jetzt in der Schule und zum Bus umsteigen. Wir haben noch viele Nachbarn gespielt. Wir haben noch viele Nachbarn gespielt. Was war mich? Ja! Haben wir es gesagt? Gut! Wir sind Seul aus München und wir dürfen euch jetzt auf Kammern fahren. Ein bisschen musikalisch. So, holst du wieder durch. Max Weberplatz. Ja, ja! Ist doch mal ein bisschen, ich würde euch nicht einschalten. Ja, ich würde mal ein bisschen... Ja, ich würde mal ein bisschen... Ich würde mal ein bisschen... Ach, war ich! Ist das ja, da, da! Ist das ja, da, da! Ist das ja, da, da? Ist das ja, da, da? Ach so! GEL. Ist das ja, da, da, da? annoh, will ich jetzt an the bestimmen? Wir bitte, dass die Gerichthafte nicht mal tyres kommen, değildenensitygeresten. Es ist kein Mensch, 근데.. Auch noch niedermat, die ich bin ganz sehr. Ach so, ich habe ihn schon mal. offenbar! Die Gerichthafte empfuhr ist. Et er wird sich von schwierig zu ent Brazilianen, Aber ich habe wer, Und das sind alles geladen der Gäste, oder? Nein, nein, das ist heute dieses Jahr. Wir haben noch ein Feier von der Plötzsiklinie. Und das ist heute Abend bis 20 Uhr. Das ist sicher mit der Kinderglase offen. Das können Sie auch noch besichtigen, wenn Sie wollen. Das heißt, da haben wir auf den Tür. So, Beringer Straße. Auf und abzahlen. So, Beringer Straße. Ja, ja, genau, genau, stimmt, ja, genau. Hallo, du willst ein Ticket? Ja, das ist gut. Danke schön. Eigentlich ist das ja eine Kulturschande, wenn er will, dann kommt die Baume. Wie auch schon. Danke schön. 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 Es schmeckt verbunden. Prost, bitte auf die nächste! Boah! Ist das ein guter Mann? Nein, es schmeckt nicht. Es ist gut. So, 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 so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020